Ja, Hi, Willkommen auf meinem Kanal. Heute unterwegs als Trio mit anderen Partnern und wir haben einen Boss. Ich habe keine Funktion mehr. Ich habe keine Funktion mehr. Ich habe keine. Jetzt bin ich Klasse. Jetzt bin ich jemandem und auf die Schale Arm würden. Die Klasse sind weiter und Abflüssig. Soll ich nichts dazu. Wenn ich sie nicht mit dem Schale Arm machst, würde ich empfehlen. Was ist das? Wir sind schon weit weg, oder? Kannst du es hören? Warum läufst du auch von dort entlang? Ich verstehe das nicht. Du wirst doch gewarnt. Die legt sich ja mal irgendwann, oder? Die legt sich ja mal wieder. Ich habe das Gefühl, ich glaube, auf Scheiße. Was ich brauche ist gerade Heilung. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir sind wunderschön. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Mann, aber die Rennerei ist jetzt doch scheiße. Hier sind garantiert Hunter. Zweites Team garantiert. Ja, das war's. Ich habe ihn dreimal getroffen. Der Leuchter. 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 Was macht denn der eigentlich da? Der Leuchter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe es nicht mehr gesehen. Das war's für heute. 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 Aber da war noch ein Dicker. Wo ist der Kick? Der Kicker. 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 Der Kicker.